So, willkommen zurück, Let's Play Minecraft geht weiter. Ja, wie ihr vielleicht hören könnt, wenn ich mal ganz leise bin. Ja, ein wenig Musik läuft im Hintergrund. Ich hab mir mal so eine kleine Playlist erstellt, da ist alles mögliche drin, wirklich, also... Naja, okay. Ich wollte einfach ein bisschen Musik, weil ganz ohne Musik war ein bisschen langweilig. Wir waren beim letzten Mal bei dem Problem gewesen, da ich ja nicht wusste, wie ich essen kann. Ja gut, das weiß ich nun und jetzt demonstriere ich das gleich mal. Ja, wir können essen! So, haben wir uns mal gleich beide Steaks hintergeklemmt. Und dann geht's jetzt auch schon gleich weiter. So, muss ich mal ganz kurz gucken, weil es ist doch schon wieder eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Gut. Ich hab auf jeden Fall vor, jetzt erstmal ein bisschen mehr Holz zu hacken, weil... Ich dann doch bald umziehen möchte. Hier möchte ich, ich weiß nicht, irgendwie möchte ich hier nicht bleiben. So toll find ich die Gegend eigentlich nicht. Ich mag Flachland irgendwie nicht so, das sieht so normal aus. Ich mag lieber irgendwie was, was richtig geil aussieht, wo man sagt, yeah, sowas hab ich noch nie gesehen. Und hier möchte ich was bauen, das sieht geil aus hier und so. Blau und Keks. Ja, und deswegen Holz hacken. Und dann würde ich sagen, dann ziehen wir auch schon gleich um. Dann muss ich gleich mal gucken, haben wir unser erstes Eisen eigentlich schon gefunden? Mir war eigentlich schon fast so... Ja, nochmal kurz zurück, la-la-la-la-la-la-la. Erstmal bin ich happy, dass ich jetzt weiß, wie ich essen kann. Ja, zwölf Eisen. Das ist ja schon mal ganz gut. Ein bisschen Kohle haben wir auch schon. Sieht ja eigentlich ganz... Ja, hier haben wir noch zwei Steaks. Dann würde ich sagen... Nehmen wir uns mal das. Können wir uns das Eisen gleich noch mitnehmen. Dann können wir hier ein bisschen kokeln. Ja, nehmen wir erstmal das. So. Ja, dann brennen wir uns jetzt hier mal ein bisschen Steak, damit wir was zu futtern haben. Falls wir doch mal wieder etwas zu futtern brauchen. Dann können wir gleich noch ein bisschen Eisen mit verbrennen, weil das werden wir auch brauchen. Und in dem normalen Zustand bringt es uns nicht viel. Dann mal gucken. Ja. Mach hinne. Ja, so. Ja, ist nun egal, ob wir nun hier eh eine Kohle nicht ganz zu Ende schöpfen oder so. Ist mir jetzt erstmal wurscht. Dann brennen wir unser Eisen und dann ist es schick. Saplings aufsammeln. Ja, schon die ganze Menge hier abgeholzt. Naja, gucken wir mal weiter. Ihr könnt ja auch noch wachsen hier, wa? So. Na, du Bäumchen. Mach dich bereit auf deinen Untergang. Ach, 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 Gottchen. Du musst natürlich aus. So. Ja, mal gucken. Wo möchte ich denn eigentlich hin? Also ich würde gerne in irgendeine Berggegend gehen oder sowas. Ja, Berge finde ich cool irgendwie. Ich glaube, da gehe ich hin, ja. Berge sind cool. Aber ich glaube, für das, was ich dann bauen möchte, das wird schon um einiges größer. Und ich glaube, dafür werden wir noch einiges mehr an Holz brauchen. Deswegen müssen wir uns jetzt hier ein bisschen ranmachen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr Bäume pflanzen. Das tun wir auch mal gleich. So. So. Die Bäume sind immer alle zu groß. Das ist immer so anstrengend, die abzuholzen, wenn man dann immer noch mit einzelnen Erdblöcken da arbeiten muss, um da ganz oben ranzukommen. Und das finde ich doof. Schäfchen. So. Ja, eine Schere brauchen wir auch noch für Wolle. Ich würde sagen, haben wir ja ein bisschen Eisen. Ich weiß nicht, wenn wir unser erstes Eisen echt für eine Schere investieren. Überlegt mir. Aber jetzt erst mal Holz. Wir brauchen eine Menge Holz, ja. Gott. Ich finde es immer so langweilig, wenn man in einem Let's Play Holz hakt. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich mag das nicht. Vorausschneiden ist auch doof für ein Let's Play. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ja. Ja, ich erinnere mich. Na, Judi. Da müsste er jetzt mitleben. Ja, kann ich nicht mehr. Hä? Lass mich raus! Gefangen im Baum. Ja, so ein großer Baum, ey. Das ist doch scheiße, den abzuhlzen. Da la meine... Mag ich lieber hier so einen kleinen Putz. Putz für ein Baum hier. So. Da können wir uns eigentlich schon eine schöne Pilzsuppe machen. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie viel eine Pilzsuppe heilt. Und kriegen wir die Schüssel eigentlich wieder? Und was ist mit diesem schwebenden Baum? Schon wieder so viele Fragen hier. So. Kleiner Baum. Da hinten. Sprinten wir mal ein. Bist du auch klein? Nein, du bist schon etwas größer. Du gehörst schon wieder zu der größeren Sorte hier. So. Ist das ein Loch im Boden? Hm. Ach Gott, das ist so wenig. Na, braun ist scharf. Ach, ich würde lieber rumlaufen. Aber Holzhacken muss nun mal leider sein. Ist ja nun mal Minecraft, ne? So Minecraft muss man ein bisschen holfacken. Oh, arme Schaf. Hm. Komm, wir retten dich. Jump. Nein. Ja, warte. So, spring. Nein. Dummes Schaf. Da hoch. Los, hoch. Hoch da. Das ist so fett. Warte, hier. Zwei breit. Jetzt musst du aber durchpassen. Ach, bist du doof. Ja. Gut, das konnte sich retten. Okay, hier ist noch nicht besonderes. Ach, Mensch. Mensch, ich lasse mich immer so wieder so leicht ablenken hier. Dabei wollte ich noch Holzhacken. Wo steht denn die Sonne? Da. Och, ich habe ja keinen Bock Holz zu hacken, ehrlich gesagt. Ich möchte eigentlich mein neues Haus bauen. Weil bauen macht mir echt ne Menge, Menge Spaß. Okay, wem bauen in Minecraft nicht Spaß macht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der dann falsch ist oder so. Aber man baut jedenfalls ne Menge. Zumindest brauche ich ne Menge Minecraft. Das ist eigentlich der schönste Ding in Minecraft. So. Holz, Holz, Holz. Wir brauchen Holz. Wir brauchen ganz viel Holz. Ach Gott. Wenn ich überlege, wie viel Holz wir brauchen. Genau. Das ist dann durch. Ach komm, haken wir den Baum hier im Wasser weg. Steht der denn eigentlich auch auf Erde? Ja, ne? Ja gut, hätte mich jetzt ein bisschen gewöhnt. Jetzt bin ich... Hm, hm, hm. So. Ich glaube, hier lesen, man kann ja riesen... Huch. Ist ja cool. Laufgeräusche unter Wasser. Wenn man noch... Ey, das ist... Ja. Dass man hier riesen Pilze züchten kann mit Bone Meal. Und wenn man die auf einen normalen Pilz oder so schüttet, dass denn da sowas rauskommt. Kann das sein? Ich glaube schon. Wow, ist das ein Baum. Ich hoffe nicht, dass das ein Baum ist. Ne, ne? Nein, ist es nicht. Wäre ein bisschen sehr seltsam. Da. So. Hm. Hm, 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 hm. Halt. Ach, sieht schon so kahl hier aus. So, Mensch, wir müssen auf jeden Fall hier viel mehr nachpflanzen. So. 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 Was ist das denn hier für Musik? Was ist das denn? Gott, also ich hab hier... Äh, wirklich, äh, keine Ahnung. Ich hab nicht mal komplett selbst die Playlist erstellt. Also, ich weiß gar nicht genau, was da alles drin ist. Naja, ist... Äh, ist nicht so schlimm. Bäume, 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 Bäume. Die dürfen doch nicht zu nah stehen, weil sonst wären die wieder so groß. Und wachsen dann übereinander und so. Und das... Verunstaltet dann uns schon wieder so ein bisschen die Landschaft. Was war denn hier? Ist das eine Höhle? Jupp. Da hinten wird's hell. Hm, interessant. Können wir uns ja mal ein bisschen hier vorkämpfen. Ja, oberirdisch oder unterirdisch. Ach, keine Ahnung. Kommt hier wer oder was? Scheiße, wird's dunkel? Jo. Hm, wird schon wieder dunkel. Oder was heißt schon wieder? Was ist das denn hier? Interessant. Können wir ja dann auch nochmal erkunden. Hier gibt's übrigens eine haufenweise Höhlen. Ich frage mich, ob die auch so groß sind wie in den Versionen davor. Weil wenn die alle so groß sind, dann... Oder vielleicht verbinden sie sich auch miteinander. Wäre auch möglich. So. Dann legen wir uns mal zur Ruhe. Obwohl es noch nicht ganz dunkel, ne? Hm. Schäfchen. So, ab ins Bettchen. Achso, unser Eisen. Gut. Das ist logischerweise fertig. Aha. Äh. Gut, Eisen ist ja schon ein bisschen wertvoller. Würde ich sagen, das packen wir mal weg hier. Das kann auch weg. Wir brauchen erstmal kein Holz. Das kann auch weg. Ein paar Fackeln bräuchten wir mal wieder. Ne, das können wir behalten. Hier ein bisschen Sand. So viel Sand? Ach ja, wir wollen ja jetzt mal ein bisschen Sand schippen. Genau, ich erinnere mich. Ein bisschen Kohle können wir noch nicht brauchen. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal ein paar Facke noch. Bevor wir uns zur Ruhe setzen. So. Okay. So. Ach, Kohle können wir behalten. Gute Nacht. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, 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 morgen. Ja, ich dachte eben, es ist noch dunkel. Hallo? Ne, gut. Ach, ich möchte so gerne scheren. Ne, scheren, scheren, ich schere ein Schaf. Sagt man das? Ich schere ein Schaf. Komm, Schaf, lass dich scheren. Scheren, scharen, scheren. Schlafen. So. So. Ach komm, sind denn nur zwei Eisen. Wiederum zwei Eisen. Da muss man sich zwei Schaufeln machen. Ha, was mache ich? Wie mache ich das? So. So. Da, wo der Sapling drauf ist, das ist Schere und das ist keine Schere. Inne mine Mopel, wer frisst Popel. Inne mine Mech und du bist weg. Schere. Gut, hätten wir das auch geklärt. Soll ich mal eine Schere machen? Ach, Menü. Na komm. So. So. Da ist sie. Die Schere. Und da haben wir schon zwei Eisen verbrannt. Yeah. Hm. Hallo. Nääääh. Gebt mir eure Wolle. Kam das Lied nicht schon davor? Ach, ist egal. Hm. Was, nur zwei Schafe? Hör ein bisschen mehr hier. Ey, was denn das? Ich dachte, ihr spawnt hier zu, zu, zu zehnfach oder so. Naja. Holz haben. Halt. Halt. Tut mir leid, Schaf. Äh. Lassen die nicht, lassen die nicht auch Lammkeulen fallen oder sowas? Nicht? Ja, warte. Lässt du was fallen? Hallo? Auch nicht. Was ist das denn? Hab ich da echt verhört oder so? Oder verlesen? Wow, vier. Ne, war das drei oder vier? Ach, so. Gib mir deine Wolle. Dankeschön. Gibst du mir? Oh. Hm. Ich glaub, die lassen mich nicht fallen. Aber Hühnchen lassen auf jeden Fall was fallen. Und Kühe. Das weiß ich. Da hab ich mir ziemlich sicher. Na, schwebender Baum. Da. Holst du mal gleich immer hier die besten bei mir ab. Oder die erstbesten, besser gesagt. So. Ja, wie voll zack ich denn jetzt, bevor wir losgehen? Wir brauchen... Eigentlich, was brauchen wir noch so? Eigentlich brauchen wir ja nicht so viel. Eigentlich ist das wichtigste schon Holz. Davon eine ganze Menge. Ein bisschen Kohle für Fackeln. Glas können wir uns da alles machen. Ja. Ich mein, so viel Holz können wir uns doch ja nicht machen, weil dann müssen wir mal ein paar Sachen hier lassen. Und ich weiß nicht, wie schnell wir einen neuen Platz finden. Das könnte auch ein bisschen weg sein. Na gut, werden wir ja sehen. Ich weiß gar nicht, zieht das von der Schere auch was ab, wenn ich damit einen Pilz hacke? Äh, Pilz hacke, Pilz abschneide, Pilz pflücke. Ah, so ist richtig. So. Hm. Bäumie, Bäumie, Bäumie. Bäumie, Bäumie, Bäumie. Oh, keine Bäume. Ach ja, da hinten war ja diese komische Höhle. Was heißt komisch? Da hinten war eine Höhle. Fackeln? So. Ist da wer? Hallo? Hallo? Hm. Vielleicht gesagt, ich träume mich da noch nicht so eins rein. Mhm. So. So. Da ist Eisen. Pilze. Ja, entschuldigt, wenn ich hier immer ein bisschen ruhig bin, aber ich probiere hier vielleicht was zu hören. Aber ich höre nichts. So, dann würde ich sagen, kloppen wir uns hier mal das Eisen raus. So. Eisen, Eisen, Eisen. Obwohl mit Kohle... Nein, ich kann nicht sagen, Kohle wäre mir lieber. Nein, das wäre jetzt falsch. Das sage ich auch nicht. Hack, hack, hack. Wow, heute ist... Das ist übrigens Donnerstag, ja. Yeah. Morgen geht's ab in die U2 World. In die U2 World. U2 World. Oh gut, das interessiert wahrscheinlich die meisten nicht. Ist mir nur gerade so eingefallen. Dein ist scharf. Ist dein scharf, oder? Ferngel selbst noch nicht zufällig bei Minecraft, hm? Ich glaube nicht. Ach so, wann machen wir unsere erste Höhentour? Muss ja auch sein und so. Hallo? Hallo? So, so, so. Oh, da geht's auch hoch. Naja, nee, okay. Nein, nein, wir machen es noch nicht. Ich würde sagen, wir bauen uns erst unser... Unser... Oder dann können wir auf die Höhentour gehen und so. So, der erste Part müsste gleich wieder fertig sein, aber ich schneide die nicht raus. Und dann können wir uns erst mal wieder auf die Höhentour gehen.